Hallo, ich bin's, Anna, die Siegerin des Castings von GameTV Schweiz. Für alle, die gespannt auf das Release von Hogwarts Legacy warten, gibt es heute am 14. Dezember einen kleinen Vorgeschmack. Avalanche Studios und Warner präsentieren zusammen mit I Am Ben Snow ein neues Gameplay, in dem neue Szenen bespielt werden und der Community einen weiteren Einblick in die verzauberte Welt geben soll. Bist du gespannt auf das magische Abenteuer? Liked, teilt und folgt uns auf GameTV.ch für mehr tägliche Game News. Bis zum nächsten Mal. Eure Anna